Prinz William reist nächste Woche zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris und wird sich dort voraussichtlich eine der neueren Sportarten ansehen. Prinzessin Kate hat ihren nächsten öffentlichen Auftritt im Auge, denn sie möchte unbedingt nach Paris reisen, um sich einige der Olympischen Spiele 2024 anzusehen. Die Prinzessin von Wales hat seit ihrer schockierenden Krebsdiagnose zu Beginn des Jahres zwei große Auftritte absolviert, im Juni bei Trooping de Cala und einen Monat später beim Herren-Einzelfinale in Wimbledon. Der Kensington Palace hat noch keinen Termin für ihre Rückkehr zu ihren königlichen Pflichten festgelegt, da Kate im Juni verriet, dass sie, während sie sich weiterhin einer Chemotherapie unterzieht, gute und schlechte Tage hat. Aber sie möchte das Beste aus ihrer Genesung machen und bemüht sich, in den kommenden Monaten an Veranstaltungen teilzunehmen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlt. Eine solche Veranstaltung ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris, denn eine Quelle aus dem Umfeld der Prinzessin verriet, dass sie gerne über den Kanal reisen möchte, um sich einige der Spiele anzusehen. Die Prinzessin würde sehr gern zu den Olympischen Spielen gehen, sagten sie. Sie hat so schöne Erinnerungen an London 2012 und möchte unbedingt zu weiteren Spielen gehen, solange diese so nah an ihrer Heimat sind. Das frisch vermehlte Paar war bei den Heimspielen ein regelmäßiger Gast, denn es jubelte, als Chris Hoy im Velodrom sein sechstes olympisches Gold holte, und es genoss es auch, Tennis, Hockey, Schwimmen, Leichtathletik, Gymnastik und Fußball zu sehen. Der Insider betonte jedoch, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde, da Kitts Teilnahme von ihrem Gesundheitszustand und davon abhängt, ob ihre Ärzte ihr grünes Licht geben. Dies spiegelt den Ansatz wider, den die Prinzessin verfolgte, als sie letzten Monat das Wimbleden-Herrenfinale besuchte, das ihre Mitarbeiter ihre Teilnahme erst am Tag zuvor bestätigten. Prinz William wird voraussichtlich nächste Woche nach Frankreich reisen, um sich einige der Spiele anzusehen, und da seine Kinder derzeit ihre Sommerferien genießen, ist es wahrscheinlich, dass ihre beiden ältesten Kinder, Prinz George, elf, und Prinzessin Charlotte, neun, ihn begleiten werden. Wie der Daily Express erfahren hat, wie sich der Thronfolger einige der Kletterwettbewerbe ansehen, die am Montag, dem 5. August, beginnen. William, der schon immer eine Leidenschaft für Sport hatte, wird sich den Wettkampf des britischen Teams in der Disziplin Speed Climbing ansehen, bei dem die Athleten eine 15 Meter hohe Indokletterwand hochsprimten. Zu den weiteren Disziplinen gehören Lead Climbing, bei dem die Wand schwieriger ist und die Athleten versuchen, so hoch wie möglich zu klettern, ohne herunterzufallen, und Bouldern, ein 4,5 Meter hohes Klettern ohne Sicherungsseil, bei dem die Athleten versuchen, die Wand so oft wie möglich zu überwinden. Die Sportart ist eine relativ neue Ergänzung der Olympischen Spiele und wurde 2020 in Tokio erstmals ausgetragen. Prinzessin Anna hat die Spiele bisher genossen und heute die Medaillen im 100 Meter Brustschwimmen der Männer, im Mannschaftsfinale des Vielseitigkeitsschwimmens und bei der Goldmedaille im Vierfach-Toten-Kopfschwimmen der Frauen überreicht. Beim ersten Mal überreichte sie dem Star des britischen Teams, Adam Beatty, eine Silbermedaille, während sie beim zweiten Mal die Ehre hatte, dem britischen Team die erste Goldmedaille der Spiele zu überreichen. Kensington Palace wurde um eine Stellungnahme gebeten.